Mein Name ist Tanja Hermann-Kreis und ich bin Bewerbungscoach und Bewerbungstrainerin. Ich weiß ganz genau, wie ein gutes Vorstellungsgespräch verlaufen soll und ich möchte euch ein paar Tipps geben. Die erste Empfehlung, kommen Sie pünktlich, aber nicht zu früh. Nehmen Sie einen früheren Zug oder Bus, aber gehen Sie nicht direkt ins Büro. Fünf Minuten früher zu erscheinen, das ist optimal. Der zweite Tipp, Sie müssen eine angemessene Kleidung tragen. Nicht zu schick, nicht zu elegant, aber auch nicht zu leger. Mein nächster, dritter Tipp, nehmen Sie ruhig Getränke an. Am besten trinken Sie keinen Kaffee und keinen starken Tee, das kann Sie nervös machen. Ein Glas stilles Wasser, das ist einfach ideal. Der vierte Tipp, bleiben Sie höflich, seien Sie aber nicht zu verschlossen. Zeigen Sie ein wenig Humor und Entspannung, das ist wichtig für beide Seiten. Ein sehr wichtiger Tipp Nummer fünf, recherchieren Sie über das Unternehmen, in dem Sie das Vorstellungsgespräch haben. Wie alt ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter arbeiten dort? Stellen Sie ruhig Fragen zur Firma, die Personalmanager hören das gern. Wenn Sie diesen kleinen Tipps folgen, können Sie sich bestens auf Ihr Interview vorbereiten. Viel Erfolg!